Ich will auch mal X ohne Gitarre bringen, wo kann ich mich da bewerben? Ich will auch mal X ohne Gitarre bringen. Das ist so geil, dass die zusammen singen. Das harmoniert einfach so gut, die Stimmen passen einfach so gut zusammen. Das harmoniert einfach so gut, die Stimmen passen einfach so gut, die Stimmen passen einfach so gut. Das harmoniert einfach so gut, die Stimmen passen einfach so gut. Das ist ein krasser Ton. Ich muss ja aufpassen, dass hier nicht wieder jemand mit der Tempobox durchs Publikum geht oder dass hier jemand Zwiebeln schneidet. Das ist ein sehr gefährlicher Song. Holy fuck, das ist krass. Wie die da alle singen. Ich kriege ja alle möglichen Zustände. Das ist ja unfassbar gut. Sorry, das Unterbrecher. Ich muss hier mal wirklich Dave loben. Ich habe das schon mal in der anderen Reaction zu Waiting for the End gesagt, wie der Bass hier gespielt wird. Dieses funkige, jazzige in diesen Song reinzupacken. Das ist unfassbar genial. Das ist unfassbar gut. Und der Typ, ich liebe ihn, spielt den Bass so geil. Und ich erwähne ihn einfach viel zu selten. Das ist unfassbar gut. Das ist unfassbar gut. Mike singt hier unfassbar schön die hohen Töne. Der Typ ist einfach ein musikalisches Genie. Unfassbar krass. Ich finde es unfassbar stark, dass er und Emily so gut harmonieren. Also die Stimme von den beiden, die passen einfach. Das ist wirklich krass. Die ergänzen sich so schön. Die Klangfarben von den beiden. Schmackofatz. Das ist wirklich schön. Die Klangfarben von den beiden. Das ist so ein schöner Part. Das klingt so freaky. Die ganzen Instrumente. Generell der ganze Song ist einfach mega schön. Und ein richtig krass geiler Linkin Park Song. Die Klangfarben von den beiden. Die Klangfarben von den beiden. Die Klangfarben von den beiden. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wirklich spitzenklasse. Das ist wirklich spitzenklasse.